Bittgebet während der Verbeugung beim Gebet im Rukou. Man sagt dreimal, Preis sei meinem Herrn, dem Gewaltigen. Preis sei dir, O Allah, unser Herr. Und Lob sei dir, O Allah, vergib mir. Gepriesener, Heiliger, Herr der Engel und des Ruh, Jibril. O Allah, für dich habe ich mich verbeugt. An dich glaube ich und dich habe ich mich ergeben. Mein Gehör, mein Sehvermögen, mein Verstand, meine Knochen, meine Nerven und das, was meine Füße tragen, sind demütig vor dir. Preis sei dem Besitzer der Macht, des Königreichs, des Stolzes und der Größe. Amen. Hes ritual.